Lass alles los, was dir nicht gut tut. Beziehungen, Partnerschaften, Geld, Emotionen, Gewohnheiten, Süchte, Ängste, Schuldgefühle. Lass all dies los. Lass einfach alles los, was dir nicht gut tut. Entspanne dich, denke darüber nach, was möchte ich wirklich, was tut mir gut im Leben und dann tu genau das. Tu einfach das, was dir gut tut und lass los, was dir nicht gut tut. Warum sollst du eine Sekunde deines Lebens verschwenden mit Dingen oder Taten oder Menschen, die dir nicht gut tun? Warum? Wer sagt das? Niemand. Wir selbst bürden uns auf, uns mit Menschen zu umgeben, die sich scheinbar unsere Freunde nennen, die sich hier und da vielleicht auch als unsere Feinde herausstellen. Achte darauf, mit wem du dich umgibst und lebe immer wieder das Loslassen. Wie machst du das? Vergebung. Überlege dir, ich, Matthias, vergebe dir, Christian, denn du weißt nicht, was du tust. Ich, dann setzt du deinen Namen ein, vergebe Matthias, denn er weiß nicht, was er tut. Vergib so oft als möglich. Wenn irgendeine Situation als problematisch, als herausfordernd in deinem Leben erscheint, dann vergib. Vergib dir und anderen. Vergibung ist auch Loslassen.